Danke! Liv Rooney, du bist in L.A.? Kristen Bell! Hi! Das gibt's nicht, das gibt's nicht! Ich stehe mit Kristen Bell auf dem roten Teppich! Ich spreche mit Kristen Bell! Hi, Kristen Bell! Ich bin, ich bin Kristen Josh, ich meine... Hi! Hi! Du vermasselst es, Josh! Er ist süß. Sein erstes Mal? Woran hast du das erkannt? Konntet ihr denn dem ganzen Pressezirkus aus dem Weg gehen? Ja, irgendwie schon. Die meisten stellen sowieso immer nur... Nur ein und dieselbe Frage. Sie tragen ein Kleid? Wieso dieses Kleid? Und ihre Haare? Ja, du sagst es. Kristen Bell und Liv Rooney, zwei meiner Lieblingsblondinen. Eine kurze Frage. Tolle Frisur. Das ist keine Frage. Ich konnte nur an die Mädels denken, die das sehen würden. Und ich wollte unbedingt, dass sie etwas anderes von mir hören, als Sets über mein Aussehen. Wollen wir nicht was gegen diese blöden Fragen tun? Also schnappen wir uns einen Reporter samt Mikrofonstürm in den Parkplatz und zertrümmen ihre Scheinwerfer? Wuhuuu! Ich bin dabei! Sehr gut! Ja, klar! Nein, nein, nein! Ich bin dabei! Jetzt schalten Gang runter. Also ich finde, das ist ein toller Plan! Das letzte Mal warst du so aufgedreht, als uns die Williams Schwestern bei einem Wohltätigkeitstennismatch geschlagen haben. Also... Der Ball war im Aus. Nein, nein, nicht. Der Ball war im Aus. Der Ball war eine Superheldin im Fernsehen. Sagen Sie was dazu! Ähm... Eigentlich würde ich gerne über etwas anderes sprechen. Ähm... Nicht ein Reporter hat mich gefragt, wie es sich anfühlt, eine Superheldin zu spielen. Oder wie ich die Sons mache. Oder welche Helden mich inspiriert haben. Ihr stellt immer nur Fragen über meine Kleider oder meine Haare. Boom! Voll erwischt! Jacob Michaels! Liv Rooney hat sie gerade vorgeführt. Reden wir darüber. Naja... Sie ist Amerikas Lieblingsschauspielerin und das sind die Fragen, die unsere Zuschauer erwarten. Oder... Die Fragen werden Ihnen von ein paar Leuten vorgeschrieben, die nicht auf die Idee kommen, ein wenig tiefer zu schürfen. Wow! Du hast ja richtig Feuer im Hintern, Cable! Danke, El Rune! Ach ja, noch was! Haben wir nicht eine Verpflichtung, unseren Fans gegenüber sie zu ermutigen, etwas mehr zu erwarten? Ich liebe Mode, aber das ist nicht das einzige, worauf Frauen im Showbusiness Wert legen. Also fragt uns einfach mehr! Ja, gib alles, Liv! Ja, und Mädels, hört mir zu! Ihr seid ihr! Lasst euch... Lasst euch nicht auf euer Aussehen reduzieren! Ich denke, das... War's! Oh, Moment! Eins noch! Bis zum nächsten Mal!